Willkommen Fußballfreunde zu einem neuen Video auf Team Evil. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Freunde, es gibt den nächsten Superstar, der seinen Top-Klub verlassen will. Und nein, es geht nicht mehr um Lionel Messi und Barca, das hatten wir genug, sondern es geht dieses Mal um Kylian Mbappé. Der will nämlich angeblich laut der englischen Times PSG verlassen. Er hat schon mitgeteilt, dass er nächstes Jahr, also 2021, gehen möchte. Das wäre das letzte Jahr, dass PSG nochmal Geld für ihn kassieren könnte, denn der Vertrag läuft offiziell bis 2022. Bisher hat man es noch nicht geschafft. Ihn zu verlängern und es scheint, als möchte er langfristig PSG verlassen. Und jetzt kann man sich natürlich lange fragen, wo will er denn hin? PSG ist ja ein Top-Verein, er stand ja schon im Finale. Jetzt der Champions League ist Weltmeister, hat viel schon erreicht. Eigentlich würde es doch passen, aber er will wohl langfristig zu Real Madrid. Das ist schon länger bekannt, da hätte er auch einen französischen Trainer. Sein großes Vorbild sind den Zidane, also das könnte auch richtig passen. Zudem hat er Real Madrid immer selber verfolgt, war großer Fan von Ronaldo als Kind. Und dementsprechend könnte das ja ganz schön werden. Wenn er dann dorthin wechselt, da gibt es definitiv auch Potenzial für einen neuen Ronaldo. Da Eden Hazard, sind wir ganz ehrlich, diese Rolle wohl nicht mehr erfüllen wird. Und auch dafür vielleicht auch zu alt ist, um eine neue Generation zu prägen. Kiel in Mbappé wäre der absolut Richtige, um langfristig Ronaldo bei Real zu ersetzen. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Real alles tun wird, um Mbappé zu holen. Und Mbappé sagt sogar, okay, ich gehe nächstes Jahr, dann könnt ihr nochmal Geld kassieren, dann könnt ihr nochmal eine Ablösesumme bekommen. Denn dann kann man ja noch, wegen diesem ein Jahr Vertragslaufzeit, können sie dann vielleicht nochmal 100 Millionen einspielen oder ich weiß nicht wie viel. Das ist Mbappé, der wertvollste Spieler der Welt, aber ein Jahr Vertragszeit auch nicht mehr so viel. Also da bin ich richtig gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze stimmt, ja, denn ich glaube, langfristig ist die französische Liga, ja, eigentlich keine, wo ich als Weltstar immer spielen wollen würde, weil eben das Niveau nicht so hoch ist. Ich glaube, in Spanien, in England, auch in Deutschland finde ich es deutlich höher, als jetzt zum Beispiel, ja, in der französischen Liga. Klar waren wir jetzt im Champions-League-Finale, es war auch ein bisschen glücklich so vom ganzen Turnierbaum her, dass PSG nicht so viele gute Gegner hatte. Ja, sie hatten Atalanta-Bergamo-Nix gegen Atalanta, aber trotzdem jetzt nicht eine Champions-League-erfahrende Mannschaft, sagen wir mal so. Da hatten sie RB Leipzig, auch keine Champions-League-erfahrende Mannschaft. Also sie hatten es nicht ganz so schwierig und BVB, gut, das war noch so das schwierigste Match, aber trotzdem. Ja, was sagt ihr, liebe Freunde? Glaubt ihr dran, ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare, klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Barcelona hat eine Kapitänsentscheidung gefällt. Ist es Messi, ja oder nein? Findet es heraus, klickt in die Mitte. Wir sehen uns später wieder und denkt halt, ihr hattet den Ball richtig flach.